Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu der Prüfung Deutsch-Tests für Zuwanderer. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit der Bildbeschreibung. Wir schauen uns zwei Fotos an, wir beschreiben sie und erzählen über unsere Erfahrungen mit dem Thema der Bilder. Unser Thema heute ist Kindergarten. Wir fangen mit der Beschreibung der Fotos an. Da haben wir unser erstes Foto. Auf dem Bild sehe ich vier Kinder und eine Erzieherin, die in einem Kindergarten sind. Die Kinder könnten vier Jahre alt sein. Auf dem Bild sehe ich vier Kinder und eine Erzieherin, die in einem Kindergarten sind. Die Kinder könnten vier Jahre alt sein. Die Erzieherin hat kurze blonde Haare und trägt eine Brille, eine Halskette, Armreifen, ein blaues Kleid und schwarze Strümpfe. Sie sitzt auf dem Fußboden, sie sitzt auf dem Fußboden. Zwei Kinder sitzen auf einem Tisch und die zwei anderen auf einer Bank. Zwei Kinder sitzen auf einem Tisch und die zwei anderen auf einer Bank. Jede Person hat eine Handglocke in der Hand, die Erzieherin läutet die Glocke und die Kinder machen der Erzieherin alles nach. Im Hintergrund sehe ich einen Vorhang und eine weiße Wand mit Tieren darauf. Im Hintergrund sehe ich einen Vorhang und eine weiße Wand mit Tieren darauf. Dann haben wir unser zweites Foto. Auf dem Foto sehe ich zwei Frauen und vier Kinder, die sich wahrscheinlich in einem Kindergarten befinden. Eine Frau hat kurze, lockige Haare, sie trägt Ohrringe, eine hellblaue Strickjacke, eine blaue Janshose und beige Schuhe, sie sitzt auf einem gelben Sitzsack und hat ein Buch in der Hand. Eine Frau hat kurze, lockige Haare, sie trägt Ohrringe, eine hellblaue Strickjacke, eine blaue Janshose und beige Schuhe, sie sitzt auf einem gelben Sitzsack und hat ein Buch in der Hand. Die andere Frau hat lange blonde Haare und trägt einen beigen Plover. Die Kinder tragen T-Shirts und kurze Hosen, sie könnten drei Jahre alt sein. Die andere Frau hat lange blonde Haare und trägt einen beigen Pullover. Die Kinder tragen T-Shirts und kurze Hosen, sie könnten drei Jahre alt sein. Die Frau auf dem Sitzsack liest den Kindern aus einem Buch vor. Im Hintergrund sehe ich weiße Stühle, große Fenster und ein Lernplakat mit dem Alphabet. Jetzt schauen wir uns eine eventuelle Frage zum Thema Kindergarten an. Welche Erfahrung haben Sie mit dem Kindergarten in Deutschland? Da kann man sagen, ich habe gute Erfahrungen mit dem Kindergarten in Deutschland. Meine Kinder waren im Kindergarten. Da kann man mit anderen Kindern spielen und von anderen Kindern die Sprache lernen. Kindergarten ist gut für die Eltern. Wenn die Kinder im Kindergarten sind, können die Eltern arbeiten. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wir sehen uns vielleicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal.